Bild 98, Außen, Schacht, Tag, Herbst. Elias sitzt auf der Bank, die er sich gebaut hat, und arbeitet vor der Hütte. Plötzlich hört er etwas, dreht seinen Kopf und sieht Moet, der auf ihn zukommt. Sie trägt ein Kleid und ist barfuß. Sie ist in den letzten 40 Jahren keinen Tag gealtert. Sie ist in den letzten 40 Jahren keinen Tag gealtert. Du auch, Elias. Die Zeit, die gibt es nicht, gell? Nein. Die Zeit, die gibt es nicht. Nein. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ich hab noch einen gefunden. Mit der Bonnischer gewesen in Jenbach. Kinder? Zwar. Brave Kinder. Ja, du ist so, mich. Idealias.